hey nach der arbeit hatte ich so einen scheiß hunger das ganze gar nicht vorstellen man nein ich war ja heute arbeiten ich bin dann um sechs bin ich wieder aufgestanden habe gearbeitet bis halb bis 1 30 dann habe ich bin ich zurück habe mich erst mal hingehauen und dann habe ich halt geschlafen bis jetzt ungefähr also bis 8 oder so habe ich dann gepennt ja jetzt bleibst du wach bis zur arbeit muss kein fall ich schätze mal bis drei oder vier wieder so wie gestern schläft zwei stunden ja zwei bis drei stunden dann gehe ich arbeiten genau und wenn ich von der arbeit kommt taue ich mich hin aber die so ein schlafrhythmus ist richtig scheiße man kriegt brutals krasse augenringe davon ist echt heftig aber es geht schon es passt eigentlich mal ich gehe halt nachts trainieren das ist es halt und wenn ich dann trainieren geht dann bin ich auch nur bis 1 online weil dann gehe ich halb zwei so gehe ich ins fitnessstudio dann bis halb vier ungefähr vier dann habe ich mich hin dann bin ich ein paar stunden weil ich immer auf booster kann ich nicht schlafen also nicht richtig kann nur zwei drei stunden schlafen aber ich schon wieder auf warte mal eine sekunde meine black park hat jetzt nur 57 punkte sollte ich die nicht langsam mal verkaufen was was doch gut man jetzt schon drei punkte verloren ich nehme lieber mal diesmal eine andere er guck mal diese drei punkte hätten wir eigentlich nicht wirklich dein leben so nicht wirklich der also egal ja gut ich mache schnell schnitte ja aber ich gehe schon mal in lobby customs links rechts 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 nämlich an der andere fehlt ja schon aber ihr könnt ihr schon mal einladen in der zeit mache ich mir jetzt schnell ein boot er fehlte der andere macht hamel rum max heißt er ich habe dein zeug Nein, ich bin schon fast in der Lobby. Ich bin in der Lobby. Du musst Munition kaufen. Nur noch schnell einen Rucksack kaufen. Ich bin in der Lobby. Customs, rechte Lobby. Also Max. Ich musste es mal mitnehmen, oder? Backpack und Waffe hat er ja wieder. Wo ist Black? Black, Black. Black Cock. Ich komme jetzt zuerst. Rechts, gell? Ja. Wo wollen wir spawnen? Jungs? Da wo gerade eben, oder da wo es vor dem Update war? Ich würde sagen, vor dem Update. Ja, da wo es voll abgeht, Mann. Ah, das ist die Seite, wo wir gerade waren. Ja, ich bin in der Lobby. Lass uns Hardcore-Spiele handen, Mann. Hast du meine AKM dabei, ja? Äh, jaja, sie ist auf meinem Rücken. Backpack auch? Ich hatte nicht einen Backpack diesmal. Warte, stimmt, den habe ich vergessen, sorry. Also ich meine, den zu mitzunehmen, zu selten. Ich habe nur deine Waffe genommen und deinen Doktor. Äh, da muss ich ja noch einen Rucksack holen, oder? Er liegt immer noch in der Gasfläche. Ey, wir handen die ein, wir handen die ein, chill up. Was? Wir handen die ein. Irgendwann will schon was dabei haben. Aber nur Kack-Rucksäcke, dicker. Was? Da, Mann. Es sei denn, wir treffen Vollgehört, Mann. Dann zerlegen wir die, Mann. Ja, ich nehme den Skat-Pack mit. Ich bin wieder da. So, ich start nochmal ein. Ich bin jetzt wieder nicht mehr in der Gruppe. Ah, okay. Aber ich auch nicht. Wir müssen... Wir müssen jetzt eingeladen werden. Skrrr. Ey, wir sind nur zu dritt, gell? Max fehlt, Mann. Geh zurück. Max ist drin, Mann. Ich bin drin, ich hab mit Loading. Ach, so passt. Ja. Und was hast du auf deine Schnitte draufgelegt? Nur Brot, äh Käse, Tilsittich. Ich mag den, der ist echt gut. Tilsittich. Hey, war es noch gestern Nacht? Ja. Der Damage vom Nowhere. Nowhere. Das war echt heftig wie beim Goods Knight. Und ich hab die ganze Zeit Damage bekommen. Obwohl ich nicht mal was gemacht hab. Keiner hat auf mich geschossen, kein gar nichts. Ich hab einfach da nicht geschossen. Da war einfach niemand so. Also außer, dass sie eigentlich spielen, aber... Ich muss sagen, Thermal geht richtig. Ja, ja. Stimmt. Also ich bin immer dabei, noch ein... Äh, noch Dings zu machen dort. Guck mal, dieser M4-Spiel hat überhaupt gar keine Chance. Einfach. Ja, das Thermal sehe ich dich schon heftig. Wir haben das gestern Nacht ausprobiert in Butts. Er hat sich eins gekauft für eine Million Rubel. Gut, ja. Ist voll OP, Mann. Aber wirklich absolut, Mann. Du hast keine Chance. Man kann dich überall sehen, ob du jetzt im Busch bist oder sonst was. Du kannst überall gesehen werden. Ist entheftig. Die sollten jetzt den Preis von dem Ding echt verdreifachen machen. Was? Ich hab grad Damage bekommen. Willst du mich verarschen, oder? Digga, ich hab rechte Monsters in die Luft gemacht mit meiner Axt, Alter. Und in dem Moment spawnst du vor mir, Mann. Was ist denn los? Oh mein Gott. Geh weg. Deine Waffe ist da hinten. Ich kann sie sehen. Geh weg da. Du dem ohne Waffe. Du musst da weiter weg, sonst bist du tot. Geh hinter mich jetzt. Aber wo kamen die Schüsse? Die sind auf der anderen Seite sind die schon. Und warten. Die liegen da. Mach keinen Scheiß jetzt. Die sind am Tor und liegen da. Am Tor? Ja, die sind auf der anderen Seite beim Tor. Die sind in der Factory gespawnt und liegen jetzt beim Tor. Macht keinen Scheiß jetzt. Ich hab die überhaupt nicht gesehen. Die fegen euch sonst voll weg. Ja, da liegt eine Waffe. Kannst die sehen. Die ist ein Meter links von dir. Hat jemand ein Dings? Links von dir? Jaja, du hast sie. Hat jemand ein Scope drauf? Nein, nein. Okay, die sind da nicht mehr. Ja, dann versuchen wir uns zu umlaufen. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Ja, dann lass die uns auch rumlaufen. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Ja, dann lass die uns auch rumlaufen. Hey, lass uns links gehen, Mann. Ah, mein Waffe checken. Scheiße, ich hab keine Granaten, Mann. Ja, da sind sie ja. Ah, die sind hinter uns. Hinter uns sind die. Wo sind die? Links. Jetzt, andere Seite. Hinter uns. Ja, ich glaub sie kam vor hinter uns. Ich bin mir sicher. Einen hab ich. Er ist hier. Ich bin tot. Das kann doch gar nicht sein. Wo? Er ist genau bei den Silos da. Neben dem MV Raum ist er. Okay. Ehrlich gesagt hab ich ein bisschen gezögelt, weil ich dachte es wär einer von uns. Der sah genauso aus wie einer von uns. Er ist gleich da und ich hab ihn noch dreimal erwischt. Er ist gleich, ähm, wenn du beim MV Raum rechts bist, wo diese Gerützte sind. Da ist er. Ja, ich seh ihn. Da vorne, links. Von der Tür. Er wird näher rangehen sollen. Oh shit, da hinten geht's auch fett ab noch. Er schießt da jemand anders auf ihn. Oh shit, ein Hedgeling ist auf den drauf. Ich hab ihn. Ja, hast den. Ey, der Hedgeling hat ja alles gefickt, Mann. Was für ein cooler Typ. Ich bin das, ich bin das. Waddup, waddup. Auf ihn hat ein anderer geschossen von der Halle hier. Ja, der hat glaub ich auf den Hedgeling geschossen. Auf den, der hier liegt. Echt? Ja, also ich bin mir nicht sicher. Es kann wirklich noch jemand da sein, aber... Wir haben eine Leiche liegt bei dem... Ding. Bei der Pipeline. AK-74N hat der Typ. Ja, ja, er hat mir zwar nur den Chess geschossen, aber er hat einfach besser geschossen als ich, denke ich mal. Ja, korrekt, der Typ, der Triceponer. Jetzt hast du deinen Rucksack, siehste? Ja, korrekt, auf jeden Fall. Hast meinen toten, kalten Körper schon gefunden? Ja, ich hab ihn gefunden. Erworbt ihr denn den anderen Spieler als Schosschoss? Wir haben nur einen getötet, das war der da. Und Max wurde auch getötet, er hat Max voll in den Rücken geballert. Heißt du töten jemanden? Du hast... Du hast... Das bin ich... Dude... Das bin ich, wo ich bin tot. Du hast doch einen getötet. Mit... Ich hab nur auf ihn geschossen, er... Habt ihr den bei der... Wo... Wo drei... Vier Meter vor meinem toten Body ist? Oder fünf? Ja, hinter dir, gell? Genau, bei der Pipeline. Wie warte mich, hat einer von hinten umgebracht? Äh, ich schau mal kurz. Der, der mich um... Hexagon, Hexa oder so hieß der. Ja, ja. Hexor oder sowas. Er hat auf jeden Fall drei oder vier Exen drin. Hexor, ja. Genau, das war der. Genau. Ich ditch deine MP5, okay? Ich hab keine MP5. Ist nicht versichert. Warum hast du dich versichert? Ja, nehmen sie mit. Mach einfach das Magazin raus. Mach einfach das Magazin raus. Das Ding ist nur drei Slots groß. Ey, Ding, deine AKM solche wegschmeißen oder mitbringen? Ja, ditch all meinen Scheiß. Nächste Runde geh ich mit MP5 rein. Aber bitte ditch es so, dass es keiner so finden kann. Am besten ganz hinten links beim Train. Weißt schon, wo die... Ja, ja, ja. Dinger nach unten gehen. Ganz hinten links in die Ecke. Mach ich. Ja, dann geh ich mit meinem super nice voll gemoddeten MP5 rein, Mann. Welches MP5 nehme ich denn da? Nehmen wir mal das hier, oder? Würde ich sagen. Das ist eigentlich nichts schlechtes hier. Das mach ich sogar. Ehrlich gesagt. Ich bin an einem Sniperhalle, ne? Sniperverkehr. Ja, ey. Ich schmeiß grad diesen ganzen Scheiß weg vorne. Uh, der hat DSKS gedroppt, Digga. Der ist runtergefallen. Und... Dann nehmen wir noch einen Ifak. Die sind gar nicht so teuer, 4000. Es rentiert sich ja eigentlich aber nur die Ifaks mitzunehmen, wenn du ein gutes Team hast, so wie ich jetzt zum Beispiel gerade. Weil ich mit denen halt richtig gut spielen kann. Sniperfactory. Da wo der Sniperskip versucht. Ich überleg grad, ob ich mit dem Drommelmagazin reingehen soll, weil die mag ich eigentlich ziemlich. Die sind doch recht gut. Ey, du bist ja dann schon voll weit vorne. Ich muss hier das nur noch mal modden. Du kannst hier nämlich die... 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 Ich zeig mal das schnell. Ich hab das vorhin mal gemacht, aber das konnte ja keiner sehen, weil... Gestern hab ich hier auch kein Videos aufgenommen. Ey, ich bin kurz bei der M4 Halle. Die Sachen bluten, gell? Die Sachen bluten? Obwohl ich... Da ist ein Box, Mann. Da ist der übelste Shit drin. Obwohl ich sechs Stunden lang gespielt hab. Da, wo die beiden Kisten drin sind. Die M4 Halle, Mann. Was bringt es den rein zu machen? Und zwar erhöht es die Mündungsgeschwindigkeit. Dadurch fliegt die Kugel viel schneller an. 960. Mal scouten, okay? Ey, wir treffen uns einfach gleich bei dem... Bei dem Loch in der Wand, würd ich sagen. Ich würd sagen, wir gehen über den Shortcut hier. Ja. Also... Hier... Über die Raffe, über den Zaun. Normalerweise müsste es jetzt deutlich schneller sein. Ja, wie du meinst, man ist 60. 902... 952... 960. Hey, ich versteh es jetzt gar nicht mehr. Inwiefern unterscheiden sich die beiden von einer... Die haben auch einen MK12. Das MK12 erhöht nun mal die Erdungsgeschwindigkeit. Und das ist dann versteh ich noch, was passiert ist. Was hier jetzt der Unterschied ist, dass dies eine höhere Feuerrate hat. Man, wo kam der her, man? Ich versteh nicht, wie schnell er hier ist, der Tod. Ich würde das jetzt grad drüber springen. Ja. Läuft doch da auf den Gleisen, oder? Hm. Das versteh ich jetzt nicht so ganz. Ja. Hm, hm, hm. Keine Ahnung, was da abgeht, man. Ja, auf jeden Fall macht es die Mündungsgeschwindigkeit höher. Das ist aber bestätigt. Ich schätze mal, weil ich die ein bisschen mehr gemoddet habe und weil die einen Silencer drauf hat. Ich glaub, es waren sogar schon nicht. Aber ich versteh nicht, wie das die Mündungsgeschwindigkeit erhöht. Oder was ist denn das? Das ist doch Mündungsgeschwindigkeit, oder? 69 m pro Sekunde. Wow, die ist auch gar nicht schwerer. Ja, kurz Waffen mitnehmen. Danke. Ja, brauchst du das gerade für die Quest? Braucht es nicht. Ah, wo bist du gerade? Lute hinterm Zaun. Ah, alles. Okay, dann packen wir jetzt zwei von den normalen ein. Laufen dann, ja. Ja, ich hab's gerade aufgemacht. Oh, da ist noch einer. Digga, wie? Der ist neben mir gespawnt dann da. Willst du mich verarschen, oder was? Ist deine Beine kaputt? Ja, Mann, der ist neben mir. Guck mal, der spawnt direkt neben mir. Willst du mich verarschen, oder was? Was für Wadafucker, Mann. Richtiger Hoch und so. Die sind richtig gut, das eigentlich. Ich spiele hauptsächlich mit Black, den anderen mit den Scra-Member. Wir gehören beide zu... AeroCott, ne? Er ist eigentlich anders. Glaub ich, man spricht das anders aus. Wir gehören zu gleichen Army, die er gegründet hat. Dieser Streamer. Und er ist ein total durchgedrehter Kurator, Mann. Ich mag ihn richtig. Ja komm, lass mal Spiele handen gehen. Ja. Ah... Mein Leben ist geglitten. Was brauchen wir denn hier jetzt noch? Ja, Alter, genau, da packen wir jetzt Munition rein. Ich hab noch voll viel MV-Munition. Ja? Die sind BS für das AKM, die hab ich auf Sinti-Munition mit reingemacht. Die T-Munition... Ach, scheiße, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Die ist nämlich recht teuer. Man denkt das gar nicht, aber die ist echt... ...etwas kostenspieliger als man denkt. Oh, wir sind welche durchgekommen. HotCott ist offen. Das sind die hier. Ja, die sind von hier, von der Halle. Die sind nicht schlecht, Mann. Mal gucken, ob Tankstelle jemand ist. Schau mal hier jetzt mal schnell bei der Raiders. Komm hier auf Brücke, dann sieht man mehr. Ja, warte kurz, ich hab die Tür zugezogen. Zwei Minuten noch, darauf warte ich jetzt. Um BS-Munition für AKM zu kaufen. Das ist ein Scaf an der Bushaltestelle. Das werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ich versuche es immer, aber das funktioniert nicht. Normalerweise wollte ich das Spiel jetzt beenden, aber das mache ich jetzt nicht. Da gehen wir hinter die Bushaltestelle und töte den ersten. Ich weiß, das ist ja scheiße, weil die gerade durcheinanderlaufen reden und die das hören auch. Also ihr hört beides gerade. Da gehen wir hinter die Bushaltestelle und durch Construction da sind ein paar Leute. Warte. Gestern hat es bei uns geschnackt, Alter. Heute Nacht. Heute Nacht auch. Warte. Es war richtig viel schönen Schneemann. Total geiler Scheiß. Ich liebe Schneemann. Ich stehe echt auf. Bestown. Komm, komm. Wenn die Westen fast dulden sind, verkauf die für Dollar. Oh. Verkauf sie einfach hier. Also wenn sie 5 Punkte für Lonerung verkauf sie, dann bringen sie dir beide 100 Dollar ein. 113 Dollar. Es hört sich ja nach diesen Sniper Scafs an. Ja. Wer da auf irgendwelche Leute schießt. Das ist eine Construction, oder? Ja, ja. Ich lauf nur außen rum, weil man kann hier über die Bus Station schauen und man wird fast nicht gesehen von dort aus. Ich hab einen Sniper, Alter. Komm mal. Ey, ich lauf jetzt um ein Loch. Ich lauf durch den Wald, ich hab einen Sniper. Kommst du nicht mit? Gib dir Deckung. Mit Sniper. Okay? Warte kurz, bevor du vorgehst. Okay. Lass mich kurz auf den Hügel hier rauf. Ja, ja. Der Scope ist das Neue, Mann. Ist aber nicht wirklich toll. Der Scope. Ganz ehrlich. Aber sieh gut aus. Glaub ich. Gehen wir jetzt mal zu den Drädern. Ich hoffe jetzt mal, dass ich da was kaufen kann, aber ich bezweifle sie irgendwie mal ganz stark. Geh jetzt weiter, Mann. Okay. Seh ich schon zu spät. Was? Ich konnte. Ich hab mal auch der. Dump. Oh mein Gott. Ich konnte grad ne Menge von den Scheiß kaufen. Ach so? Ja, ich hab einen. Ja, ja. Aber mit nichts. Nichts. Ja, du willst gar nichts. Mach auch auf euer Sohn. Oh mein Gott. Los. Tot. Nein, ich lebe noch. Ich bin noch da. Da ist ein Scaff. Ganz linker Durchbruch. Hat sich hingelegt. Wo ist Scaff? Was? Ey, desig. Ey, desig. Oh mein Gott. What the fuck? Ihr glaubt nicht wie viele Munition ich grad kaufen konnte, Mann. Von der BP. Ey, chill mal ab, chill mal ab. Sorry. Ey, hol diese Buttpads für mich. Hab ich. Hab ich. Hab ich zehn Stück, alter. Ey, kannst du mir noch mal zehn holen. Du geh. Geht nicht, die sind schon weg. Oh nein, nein, ich kann dir noch mal zehn holen. Oh mein Gott. Ich hab grad mehrere tausend Schuss BS Munition für AK gekauft. Und mehrere tausend Schuss BP Munition für die. Okay, Leute. Ich bin raus. Mach's gut. Ja, servus. User disconnected from your channel. Das glaub ich jetzt nicht. Was ist denn hier grad los? Dude, ich kann ewig viel Munition kaufen, Mann. Ja, alle da. Ey, hier ist alles tot. Hat's eigentlich kaum. Ich glaub hier ist auch kein... Hohohoho, oh mein Gott, Mann. Viele denken sich jetzt, wieso freu ich mich so? Dude. Dieses Zeug kriegst du praktisch nicht. Es ist innerhalb von einer Sekunde weg. Ich brauch nichts mit. Und das bedeutet eins. Die hatten gerade Probleme, Mann. Trader-Probleme. Manchmal sind die Trader aufgrau oder... Oder haben wir jetzt auch raus. Ich muss schlafen. Jo, okay. Servus. Musst ein Viertel nach fünf aufstehen. Ah, okay. Achso, ja, ja. Also Black und ich wieder, Mann. Ja. Black und ich gegen die Welt. Ja, servus, hat Spaß gemacht. Bis morgen. Komisch. Kommst du rein? Dude, du glaubst gar nicht, wie viel BP Munition ich gerade kaufen konnte, Mann. Ey, ich bin Schneifer hier. Wer ist das gerade? Was? Was? Wer ist noch hier mit mir auf der Map? Ich bin mit dir noch auf der Map. Achso, ich... Wer wollte da gehen? Ich wollte gehen. So. Achso, ja, du wolltest ins Bett, ne? Ja, kommst du noch die Sachen einsammeln oder grätsst du direkt vor? Welche... Welche Sachen denn? Ja, von diesen ganzen Scabs hier. Was? Die haben doch eh nur Schrott, oder? Ja, geht. Wir sind halt gleich beim Exit, so. Weißt du, bisschen Cash, Mann. Okay, ich starte jetzt noch mal neu. Man sieht sich... Bin hier schon vor. Aber das wäre echt geil, dass ich den ganzen Scheiß gerade kaufen kann. Das ist echt ne Rarität.